Hallo Leute zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Wir zocken heute Walker Assert auf unserer Lieblingsmap Twilight, für die, die es wissen. Ja, die geilste Map überhaupt. In der letzten Runde bin ich ziemlich abgegangen mit dem E-30, versuch's gleich nochmal. Und ich begrüße noch Nachtschatten und Legatus, das hier. Wir sind übrigens mit dabei, so. Man nebenbei, so erwähnt. Hallo. Aloha. Wow. Papier-Anflug. Oh, hier reicht's doch. Okay. Oh shit. Okay, keine Chance. Ey, warum muss ich doch genau da hinlaufen, wo der ATS-C ist? Ich weiß auch nicht, wie wir das machen. Wir halten den Uplink da drüben, aber... ...rübergehen können wir auch nicht, weil da irgendwo ein ATS-C ist. Wir haben den Imperator in eurer Zone geortet. Seid vorsichtig. Wir haben den Imperator in eurer Zone geortet. Seid vorsichtig. Ähm, das ist schon wieder ein ATS-C. Wir haben den Imperator in eurer Zone geortet. Seid vorsichtig. Die Entwicklung hat sich doch nicht in eurer Zone geortet. Seid vorsichtig. Und dann kommt der Imperator hin. Oh, da kommt der Imperator. Oh, shit, 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 shit. Wo kommt er? Von uns? Ja, er hat mich gekillt. Er ist unten gerade beim Uplink direkt. Aber der kriegt ordentlich. Auf die Fräse. Ja, ich hab mich voll schon mit der Brückkanone erwischt. Und weg mit der Royal Guard. Oh, da seh ich ihn. Oh, Gildi. Äh, Helm-Pickup. Dann spüren wir mal in ihrem Amt. Da komm ich am besten klar. Gerade auf der Map hier. Ja, seht, ob ich will. Ja, ein Puppet für einen Sack. Alter, haut das rein hier. Weg hier. Zack. Ich gehe mal in die Höhle und verteile ihn in den rechten Uplink. Jo, ich komme rüber zum linken Uplink. Ich bin da mit meinem Geschütz ein bisschen besser dran, wenn ich da stehe. Ne, ich habe auch ein Infanterie-Geschütz. Okay, komm mal hier rüber. Okay, komm mal mal hier rüber. Okay, komm mal mal hier rüber. So, Orager-Strike. Mö, kann ich auch rein? Kann ich nicht viel machen gerade? Warte, ich werde die gerade extrem zurückgedrängt. Na? Und weg, jetzt auch. Schild wird ihm nicht. Da ist jetzt genau den Weg, ja. Hat er sich ein Schild angemacht und sie einfach hingestellt? Jo, gut, dass ich mir ein Cycle dabei habe. So, steigen wir uns mal hier drüben bitte mit dem Geschütz. Das ist, glaube ich, in der bessere Position. So, könnt ihr bei euch drüben den Y-Wing halten? Ja, läuft hier gut. Also ich verteidige hier. Bei uns läuft es auch gerade ganz gut. Ich gehe nach draußen jetzt und versuche ein bisschen zu snipen. Ich kann hier nur leider der AT rein schießen und hier scheint es jetzt von hinten anzugreifen. Wirklich mal gerade hier. Ne, doch nicht. Bild. Springt runter, macht ein Schild an. Cycler hat schon und weg. Also Cycler macht mir das schon richtig Spaß. Oh, hier kommt der AT-ST gerade. Nein, im Blodder. Ich bin weg. Das ist mein Geschütz, hält sich noch. Ich spummelde und gehe schnell wieder rechts rüber. Wir nehmen so ziemlich durch ein. Ah, da kommt der AT-ST gerade. Rechts, ne? Links. Ah, links, okay. Das ist rechts ein bisschen leichter. Hm, scheiße. Ruhig gute Position kriege ich da auch nicht mehr. Egal, gehen wir da raus. Wir machen es von dort aus. Naja. Okay, ich treffe den gerade ziemlich gut. Ja, er ist weg. Ruhig mit dir, bitte. Ich habe Ehemaligkeit nicht mehr mit der TN und 20B gespielt, ist mir aufgefallen. Das ist aber auch eine schwierige Waffe, finde ich. Ich bin bei euch, Team. Ah, da ist gerade einer um die Ecke gekommen. Da laufen überall Storm-Sprungen. Achtung, Uploader. Aber ich habe ihn noch angemacht. Ich habe mein Geschütz umgestellt, dass es euch hilft. Nee. Rechts sind auch welche drin. Ja, ich habe da hinten im Gang was gemacht. Ich gehe jetzt wieder auf meine Seite und helfe da ein bisschen mit. Ach, da ist einer. Er ist weg. Ich habe ein extra das Geschütz von mir hingestellt. So, jetzt gehe ich mal wieder raus. Ja, danke. So, weg mit dem bitte hier. So, ich habe mich jetzt hier nochmal in Power. Also, mein Orbital Strike und so einen Scheiß. Ich würde mich auch noch einsetzen. Ja. Oh, jetzt komme ich auch raus. Kann ich auch gleich drauf schießen. So. Perfekt, das haut richtig rein gerade hier. Ja, super. Ich verließe ordentlich Leben gerade. Ja, ich schieße auch gerade gut drauf. Läuft, 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 läuft. Habe ich schon mal ein Orbital Strike mal bekommen? Oh, jetzt hat mir jeder weg. Schade. Hätte der Mega reingeholt. Ich bin ganz schwer da in den, ähm... ...bei den Steinen da weg zu finden. Ah, fuck, hat nicht mehr gereicht. Aber er hat auf jeden Fall gut Leben verloren. So, ich gehe jetzt drinnen rein und versuche den Dot zu halten, den Uplink. Er ist einverwandt. Komme ich mal hin. Ja. Einer sollte uns mehr als ausregen. Ich habe eine Rakete. Ich stelle den Geschütz hin, ja? Okay, okay. Ach, der ist einfach ausgedrückt. Ah, den ersten habe ich schon bekommen. Ah, nice. Und den nächsten. Das Geschütz hat eine gute Position. Merk ich gerade. Wo ich denn? Der Droide ist weg. So, ein bisschen mit dem Orbital Strike mit drängen da drüben. Ey, ich schütze noch fast volles Leben, ey. Auch geil. Oh, ich habe ihn mal getroffen. Den habe ich erwischt. Super. Läupt. Das ist auch einer da ganz links. Okay, bräuchte ich eventuell ein bisschen Hilfe. Wo? Okay. Ah, schade. Ich spawne über dir. Achtung. Na, schade. Ja, hier drin ist die N20B wirklich nicht so gut. Kriegst du einen anderen? Super. Noch mehr. Ah, links. Ich merks. Wieder der gleich. Ich habe mal auf die Strack auf die Seite draufgehauen, davon dass wir uns nicht durchkommen. Guck nur nach hinten, ich achte ein bisschen nach vorne. Ah, ich okay. Der ist weg, super. Perfekt. Läuft gut hier auf jeden Fall gerade. Ich glaube von hinten komme ich. Ich bin da. Also im Notfall achte ich drauf. Da kommt wirklich einer. Fuck, ich bin tot. Gleich. Ich brauche Support, schnell. Sonst bin ich weg. Wir brauchen dich noch zum Schluss. Ah, er hat mich in den Nahkampf. Nein, ich bin weg, schade. Hatte ich mir gleich noch ein Leben gehabt. Haben wir eigentlich gebraucht, aber egal. Ich habe lange genug als Nähendammt durchgehalten. Also damit sollten wir locker noch den, äh, die AT-A-Destown bekommen. Okay, los geht's. Ich bin schon im Destruptor-Gefell-Weggesnackt. Alles klar. Ah, ich bin tot. Ah, da sitzt direkt einer neben dem Mord. Ich weiß, ich bin tot. Hoffen wir, dass du in der AT-A-Destown wieder beschossen hast. Ich bin echt knapp. Ich bin auch gestorben. Scheiß, aber egal, wir schaffen es noch. Guck mal, der eine ist schon down. Geil, ich habe noch nie erlebt, dass wir als Rebellen hier gewonnen haben. Geil. Ja. Das geht dann ganz gut. Im jeden Fall, GG. Geile Sache. Hey gut, Leute, ich hoffe, ihr habt es gefallen. Schreibt auch mal in die Kommentare mit rein. Ansonsten, wenn ihr Bock habt mitzumachen, denkt dann, ihr könnt dem 41st Legion-Clan einfach beitreten, dem der Link in der Beschreibung folgt. Jeden Tag um 14 Uhr kommt ein Video von mir für Star Wars Battlefront. Ansonsten, ein Like, ein Abo oder teilen auf Twitter und Facebook und müssen helfen. Wäre richtig geil, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten, in dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und möchte euch jetzt damit auf dieser Endcard begrüßen zu einer wundervollen Musik und möchte euch einfach mal darauf hinweisen, dass ich noch mehr Videos gemacht habe als nur Battlefront. Und ihr könnt vorbeischauen, wie gesagt, bei der letzten Folge. Ihr könnt aber auch vorbeischauen bei anderen Star Wars Projekten, die ich schon gemacht habe. Ich habe zum Beispiel auch The Force of an Licht mit euch durchgespielt oder Star Wars Jedi Academy oder Jedi Outcast genauso wie auch Empire at War. All so eine Spiele habe ich auch schon gespielt. Doch Star Wars ist nicht das einzige Thema, mit dem ich mich auch beschäftige. Denn zu mir gehört Total War genauso dazu wie auch andere Spiele. Und da könnt ihr natürlich auch gerne reinschauen auf meinem Kanal. Kann ich euch echt nur ans Herz legen. Des Weiteren würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und in dem Sinne, falls ihr mit mir zusammenzocken wollt, Cornelius Drag heiße ich auf Origin. Gott heimlich Eden und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.